Wenn ihr morgens aufwacht, was liegt neben euch? Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Neben einem leeren Bett. Nicht neben, ich lieg ja drin. Ja, mein dreijähriger Sohn und meine Frau. Meistens irgendein Kind. Und ansonsten brauche ich immer meine Flasche Wasser und natürlich das Handy, um auch zu wissen, wie spät es ist, ob es jetzt leider Gott ist, schon Zeit ist aufzustehen. Neben ihr. Ja, neben ihr. Und ist das romantisch? Das ist das Schönste. Ja, das ist sehr romantisch. Was liegt neben dir? Meine Frau. Das Handy liegt auch da. Wenn ich nachts aufwache, dann spiele ich immer Scrabble. Vielleicht sogar auch noch eine meiner beiden Töchter, wenn sie mal wieder Lust hatte, bei uns zu pennen. Die beiden tollsten Männer der Welt, mein Sohn und mein Mann. Neben was wache ich morgens auf? Neben Chaos in meiner Wohnung. Sehr romantisch. Sehr romantisch. Sehr romantisch. Wir hoffen. 怂ble. say. Jahrers. Vielen Dank.